Tja, was haben wir schon zu verlieren? Äh, eigentlich, eigentlich können wir ja nur, mehr als sterben können wir nicht. Hallo und willkommen zurück, dem Tode geweiht. Willkommen bei, äh, zurück bei dem Tode geweiht zwei. Oh mein Gott. Ah, Zombie. Man sieht so schlecht mit diesen blöden Dingern. Ist da überhaupt irgendwo ein Enderman jetzt? Keine Ahnung. Ich seh's nicht. Man sieht so schlecht. Ah, Creeper, Creeper, Creeper. Oh, noch mehr Creeper. Oh, ne, nicht die wirklich kaputt machen. Ja, zur Not wird die repariert. Das ist jetzt das geringste Problem. Oh, ich setz diesen verdammten Hut ab. So, jetzt seh ich auch wieder was. Ja, ich auch. Wieso hab ich denn hier ne Treppe? So, jetzt mach ich hier einfach ne Treppe rein. Warte, haben wir gleich. Läuft. Oh, wieso ist denn das hier unten auch so dunkel? Es ist doch Tag, verdammt. Oh, oh. Vorsicht, hier ist ein Knopf. Oh, ist das dunkel. Wir haben keine... Leider keine Fackeln. Eine. Keine. Eine. Da. Toll. Knopf drücken. Ja, da fällt uns bestimmt wieder was auf den Kopf. Mach. Ach. Äh. Oh. Äh. Das ist ein Diamantblock. Ja. Yay. Nochmal drücken. Äh. Ja, und dann kommt ein Creeper. Ah. Ah. Meer. Meer. Nee. Ah. Schätze. Ah. Da hast du dein Meer. Okay. Aber das waren jetzt nicht die, äh, die sind jetzt nicht hier, äh, äh, weg. So. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, das wird lustig. Wir haben keine Fackeln mehr. Warum gibt's denn hier nirgendwo mal Fackeln? In diesem verschissenen Dungeon. So ein Fuck-Hellmangel. Oh, der war schlecht. Ja, schon. Oh Mann, hier, na, da ist schon wieder ein Creeper. Oh Mann. Ah. Gold, lauf. Wir brauchen Fackeln. Ich werde mal in den Haar neu sortieren. Ja. Hä. Sortier dir mal bitte Fackeln rein. Danke. Ja, hier. Ah. Ganz toll. Haben wir jetzt eine Einweg-Fackel, die wir immer mit uns hinterher schleppen. Kann man hier durchhauen? Nee, ne? Du stehst auf Pressure-Plates ganz unvorsüchtig. Du, nicht. Ähm. Ähm. Huch. Ah, warte. Kann ich da durchschießen? Au. Ah. Kann ich da durchschießen? Warte mal. Kann man da durchschlagen? Nee, hab ich schon probiert. Nee, geht auch nicht durchschießen. Schade. Oh, hat der Bogen eine Verzauberung, die getroppt wurde? Äh, der getroppt wurde? Nein. Schade. Für dich nicht. Nee, nee, nee. Aber die triggern auch so nicht, ne? Nee, irgendwie passiert nichts. Aber dieser Raum, äh... Au. Ah. Was ist denn das immer? Wenn du in mir stehst, das gewinnt mir nicht. Ich hab so das ungute Gefühl, dass vielleicht die da hinten triggern und dann dieses... Dieser Raum hier aufgeht und das, was da drin ist, ähm... Du weißt, worauf ich hinaus will. Meinst du? Probier's aus. Ich hab keine Spitzhacke mehr, um irgendeinen anderen Weg zu basteln. So. So, stimmt. So könnte man's natürlich auch machen. Oh. Ah. Er schießt. Du? Ah, okay. Es ist halt ein bisschen dunkel, ne? Ein bisschen, ja. Ich kann ja die fucking mitnehmen. Äh, aber das ist nicht offen, ne? Der Raum hier, ne? Ah, wird ja mal dunkler. Hallo? Licht? Hilfe! Wir müssen lichtsparend platzieren. Ja, ja, ja. Nur wenn ich gar nichts mehr sehe, ist auch schlecht. Ich könnte ja mal meine Brightness hochstellen. Da würden sich die Zuschauer sicherlich freuen. Vorsicht, hier geht's tief runter. Ah, ich werd schon wieder nen Enderman. Ähm, warte mal. Ich mach mal kurz hier Brightness hoch. Das ist ja alles. Äh. Geht ja mal gar nicht. So. So. Besser. 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 Ja, hätte man natürlich auch machen können. Besser. 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 Das ist halt eh irgendwie komisch, ne? Mit den ganzen Pressure Plates durch die ganzen Gegner, die aktivieren das eh ständig. Ja. Huh. Okay, da ist nichts. Das ist Office. Oh shit, da sind, glaub ich, wieder Enderman dahinter. Alter, da geht's übelst ab. Da sind eine Million Skellis auf und frag mich nicht, was sonst noch. Ich glaub, da müssen wir rein. Ey, das ist auch ein verfluchter Albtraum. Warte mal, wir können ja, wir haben jetzt hier nen Fluchtweg. Wir müssen mal, wir, wir, wow. Ich, ich, ich trete hier jetzt einfach mal drauf. So. Nichts passiert, oder? Ne. Okay. Ja, ich wüsste gerne mal, was hier links um die Ecke ist. Ich hab nur, dass die Angst... Ich hab schon mal geguckt. Ah. Ja, da können... Ah. Mein Schwert ist bald kaputt. Meins ist kaputt. Und da sind wieder Pressure Plates. Ich könnte ja, so verrückt, wie ich bin. Oldtastisch. Ah, was passiert hier? Warum treff ich den Creeper nicht? Ah! Vorsicht, da kommt, glaub ich, noch einer. Oder? Ne. Nicht? Oh, ein Crafting Table. Ja, den hab ich gerade hingesetzt. Nein, die sind schon wieder... Oh, hier sind überall so Klappen. Ich hab ein Schwert gejobbt für dich. Oh, cool. Äh, werde ich sofort mitnehmen. Ich glaub, du hast es schon mitgenommen. Ja? Ah, stimmt. Danke. Oh, ja, wie gesagt, da sind wieder Pressure Plates. Ah, ja, die sind mal nützlich. Ah, ausnahmsweise mal. Ähm, okay, ähm, guck mal, was da los ist. Äh, Dead End. Dead End? Ah, nee. Hier kann man runterspringen. Eine Ebene tiefer. Muss man gar nicht sogar... Ja, springen wieder. Na, aber hier ist doch auch noch Office. Ich glaub, das ist gewollt. Ja, aber da ist Office. Und was ist mit diesem Raum hier mit den ganzen Gegnern drin? Ja, da kannst du gern mehr weinen. Ja, ja, ist da irgendwas... Ist da irgendwas von Interesse drin gewesen? Nee. Mal ganz genau gucken. Und es kann ja hier kaum was passieren. Das ist nicht. Ah, da drüber. Was ist denn da drüber? Was ist denn das? Was ist denn das da an der Decke? Das sind keine normalen Blöcke. Nein, in der Mitte. Irgendwas ist da drin, ja. Ja, ja, ja. Wir lassen es. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ja, gut. Dann welchen Gesicht weh. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, hier, warte mal. Ich geh hier mal rein grad. Äh, oder mach hier zumindest mal einen Block auf. Weil? Hm, nichts drin im Dispenser. Schade. Hier war ein Dispenser. Oh. Oh Gott. Also, diese Insel ist definitiv noch einen Tacken fieser als, ähm, die andere. Die andere Sandinsel, ja. Ja. Wobei, äh, wir wurden, muss ich ja dazu sagen, in einem Comment ja sogar gewarnt, ne? Mhm. Es wurde geschrieben in einem Comment. Links kommt. Äh, äh, dass wohl hier auf dieser Insel einige fiese Fallen sind. Und ja, das kann ich bisher auch eigentlich nur so bestätigen. Warte mal. Wardens Office. Okay. Fuck, ja! Ach so, darf ich das sagen? Nee, das ist... Sind das böse Wörter? Muss ich das piepsen? Ja. Am besten wäre es einfach, einen triggern zu lassen. Und ja... So muss ich eigentlich ganz entspannt. Hm. Ja, okay, dann mach. Ich will dich nicht auszusehen schlagen. Ich glaub, das ist doch aus. Friendly. Fire, oder? Ah, stimmt. Wir haben schon genug mit den Gegnern zu tun. Oh! Da zündet was. Ja, wir haben's. Ja? Boah, jetzt lass uns doch mal bitte die Fackeln finden, ey. Fackeln! Äh, Feuer? Äh, what the fuck? Ah, das ist deine Rüstung jetzt. Echt? Ja. Darf ich? Ja, ja. Nice, danke. Das erinnert mich an glorreiche Zeiten. Ich habe wieder ein Flashback. Kobold! Ich muss an ein Königreich denken. An ein prächtiges, prächtiges, an ein prächtiges Königreich. Ich habe Bilder vor meinen Augen. Nimm mal die Pfeile mit. Bevor ich hier noch mehr Bilder sehe. Ähm, ich nehme mal das Feuer mit. Man weiß ja nie, wofür man es gebrauchen kann. Ja, die Potions kannst du auch noch mitnehmen. Naja, achso, ja, dann könnte ich vielleicht einfach mal hier den Müll rauspacken. Gute Idee. Wobei, Redstone Torches, feine Sache. Äh, Mossy Stonebricks. Achso, vom ganzen Rumrandalieren hier habe ich lauter Krempel. Oh, Healing. Instant Healing. Oh, das ist nicht schlecht. Ja. Ich meine, gegen... Ich habe aufgeteilt. Also, ich habe welche und du hast welche. Sehr gut. Gegen Instant Healing hilft das zwar... ...zulassen. Nie habe ich mal mitgenommen. Und Glowstone eigentlich auch. Ja, ich weiß. Jetzt kommt hier wieder Messidera an. Ja. Guck ihn dir an. Den goldenen Reiter hier. Ja. Ich versuche mal zu pennen. Ah, shit. Das war so klar. Oh, ich höre es schon wieder. Ich höre es schon wieder. Kobold. Mach, dass es aufhört. Achso, da steht ja sogar was. They are not normal. I must escape. I must... Äh, what? Before it is too late. Warum steht denn auf meinen Schildern nichts? Hä? Hä? Wie, da steht nichts. Da steht was. Nein. Na, free surprise. Aber mal überhaupt nicht. Na, aber free surprise. Das wird jeder, der die Videos guckt, dir bestätigen können. Ja, bei mir steht nichts. Ja, dann mach die Augen auf. Kobold. Ja gut, dann würde ich sagen... Happy Birthday. Lass mal weiter rocken. Hier ist schon wieder Gegner. Kaka. Hier geht schon wieder voll der Punk. Oh, vielleicht ist das nachts hier... Ich bin schon wieder skeptisch. Ach, ah, ah. Hier sind wir. Ach, da unten sind schon wieder Schilder. Komm, hier geht's runter. Warden's Badge lies on the ground. Da steht nichts bei mir, nichts. Ach, laber nicht im Zuf. Ah, ahem. Ah, und? Ah ja, jetzt geht's. Komm, hier runter. Ja, genau. Warte mal kurz. Du hast die Goldrüstung. Ja, warte, 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 warte. Nur mal kurz gucken. Ah, da kommt wahrscheinlich nichts. Jupp, sieht gut aus. Äh, ah. Aber Vorsicht, ich glaube, hier um die Ecke war ein Creeper. Äh, da stand doch eben ein blauer Creeper bei dem Schild. Ja, der ist wieder da. Warte, 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 warte. Warte. Naja, gut. T-Sniper-Power. Oh, oh. Oh? Something went wrong here. Perhaps there is another portal somewhere on the island. Aha, 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 aha. Ich muss hier nochmal schnell ein Loch stopfen. Aber, ja, 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 ja. Ja, tu das. Ähm. Ah. Ah ja, wir haben's doch schon gesehen. Ja, ganz am Anfang. Voll gespoilert. Voll gespoilert. Ja, echt, ey. Ja, das war's jetzt hier, oder wie? Wie jetzt? Ja, aber es gab ja keinen anderen Weg. Ohne Scheiß. Ach. Hm. Hm, hm, hm. Ach, hier geht's schon noch weiter. Ja, wieder hoch. Näää. Was ist das da drüben für eine Insel? Dschungel. Oh, nicht schlecht. Oh, Mann. Oh, Mann. Es ist doch alles... Hä? Wo kommt... Aber... Naja, ich würde sagen... Man hätte den Weg gehen können. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das sind hier so viele Fackeln. Wenn man hier einfach einmal die komplette Hälfte wegreißt und nur die andere Hälfte stehen lässt, dann wird das schon alles passen. Ja, manchmal liegen Genie und Wahnsinn so dicht beieinander. Dreck. Hm, damit kennen wir uns aus. Ach so, ja, das ist die Oberfläche, oder? Ja, manchmal liegen wir uns aus. Okay. Okay. Ja, ich würde sagen, wir uns aus. Okay. Also, wir kommen ja, wir kommen in der Infos. Untertitelung des ZDF, 2020